nicht. Also es ist nicht wirklich schwer, sag ich jetzt mal so. Man muss jetzt nicht hier oberprofessionell sein. Ich brauche nur ein paar Programme, die sind zwar teilweise sehr teuer, die Schneideprogramme, ja. Daran wird es meistens auch liegen. Da habe ich mich auch echt geärgert, wenn ich so die über 100 Euro, aber dann hat man was Gutes und einmal, man lebt nur einmal, sag ich jetzt mal. Und man kann das auch nur einmal machen, quasi. Ja. Und dann würde ich halt gerne auch für kleinere Let's Player oder halt, wenn ich dann jetzt, ich bin ja auch jetzt schon bei Folge 50 fast oder wir viel mehr. Ja. Das war es auch eigentlich schon. Ja. Was habt ihr denn so für Ideen? Ich werde auch versuchen, Events für euch zu machen und dass ihr da überall teilhaben könnt, aber da müssen natürlich erst mal ein paar Leute schauen. Deswegen will ich das alles so ein bisschen quasi steigern, dass halt mehr Leute schauen, dass ihr das besser seht, dass es auffällt. Und dann können die Leute halt auch eventuell in die Akademie gehen und sehen dann halt, dann können wir auch gerne helfen, quasi die Let's Player. Weil ich denke mal, die nächsten Folgen, die wir jetzt hier machen werden, außer das Gelaber jetzt hier, werden so welche sein, dass wir ähm, ja, Sachen herstellen. Das könnten wir jetzt permanent nebenbei hier machen oder ich sag immer permanent. Zum Beispiel L1. Das sollten wir einfach nebenbei machen. Das schadet ja nicht. Ihr könnt es ja trotzdem sehen. Falls Fragen sind, immer gerne stellen. Ich weiß zwar nicht alles, aber ich weiß schon eine Menge. Da muss ich schon sagen, ich ja, oder wir wissen eigentlich schon eine Menge. Falls ihr irgendwie was loswerden wollt, irgendwas Bestimmtes sagen wollt, was sich verbessern kann oder... Ja. Tut mir nochmal leid wegen diesen lauten Folgen oder wo die Ingame-Musik so laut war bei den Folgen. Das wird jetzt nicht mehr passieren, denke ich mal. Ich werde jetzt auch ein bisschen lauter reden. Ich werde mir auch ein eventuelles Mikrofon, je nachdem wie sich das hier steigert, die ganze Sache, dann werde ich mir eventuell ein Mikrofon zulegen. Nur für die Aufnahme, nur für euch. Aber im Moment lohnt sich das noch gar nicht. Deswegen, ich würde mich echt freuen, wenn viele, viele Leute schauen würden, hier auch nochmal ein paar Rollen machen. Und ja, nicht nur bei mir, natürlich auch bei den anderen dann. Schaut einfach mal vorbei und wer euch dann am besten gefällt oder welche Stimme euch am angenehmsten erscheint, einfach da gucken. Ich bin da nicht böse. Es war jetzt für mich auch oder für diesen Kanal hier ein bisschen, wie soll ich das sagen, kontraproduktiv, weil ihr dann auch bei den anderen guckt. Aber das ist ja nicht so wild, weil es ja eine Gemeinschaft sein soll. Let's Player, die zusammen werben und zusammen in einer Gilde sind, damit die Leute auch ein bisschen mehr auffallen bekommen. Und dann sieht man halt, die meisten von euch ja wissen ja, was ein Let's Player ist. Wenn jetzt hier jemand keine Ahnung hat, was das ist, einfach so auf dem Video irgendwie kommt, das sind Leute, die die Spiele moderieren. Quasi ich rede dabei für euch und ihr hört einfach quasi zu und wir spielen einfach zusammen nebenbei. Was heißt zusammen, kann man ja auch nicht wirklich sagen. Ich lade einfach Videos, wie ich spiele, für euch hoch. Aber es ist ja eine gemeinsame Sache. Ich sage das gerne gemeinsam, weil ihr immer dran teilhaben solltet und immer Vorschläge und alles parat haben könnt, wie ihr wollt. Kritik ist auch immer gern gesehen. Ja, wenn ihr jetzt irgendwie, keine Ahnung, mich schlecht findet oder scheiße in dem Sinne, wie auch immer man das sagen will, auch einfach sagen, ist schon in Ordnung. Vielleicht kann ich ja da auch irgendwas machen. Vielleicht liegt es ja am Priester, an der Klasse, an irgendwas. Da müsst ihr einfach mal ein bisschen später weiter reinschauen. Ich werde auf keinen Fall abbrechen. Es wird es auch wahrscheinlich ein paar Jahre dauern, sage ich jetzt mal, bis die Plays jetzt wirklich gemacht sind. Und ja, also bis jetzt alle folgen wirklich bis 120 die Charaktere. Ich werde nix schneiden, keine wiederholbaren Quests. Eventuell werde ich dann bei Quests, wo es noch geht, einfach nur aufnehmen und dann hochladen und dann in der Videobeschreibung reinschreiben, wenn es geht. Je nachdem, wie die Aufnahmezeit und so weiter ist. Reinschreiben, ja genau, reinschreiben wie, von welcher Folge bis welche Folge. Natürlich verpasst du ja auch Sprüche und Witze und alles Mögliche. Ja, es ist dann halt vielleicht ein bisschen langweilig. Ja, okay, aber ja, wie soll ich sagen, wenn ihr Langeweile habt oder so und einfach mal schauen wollt, dann ist das doch gut. Ich finde es immer gut, wenn man immer was zu gucken hat oder zu hören hat. Gucken oder Hören ist beides in Ordnung. Und ja, damit werde ich mich jetzt auch wieder verabschieden. Mal gucken, ob Nomis LP sich dann oder Nomis, vielleicht weil er nicht misst, wäre auch lustig. Ja, mal gucken, ob er sich nochmal melden wird. Ich hoffe, ich kann es euch dann zeigen. Ich werde die Aufnahmeprogramme laufen lassen, quasi nicht in der Aufnahme, sondern im Standardmodus, sage ich jetzt einfach mal. Nur, dass ich jetzt einen Button drücken muss, einen Knopf quasi, und dann geht es schon wieder los. Ja, gut. Dann macht es mal gut, Leute. Wir sehen uns. Ja, es dauert jetzt eine Weile, bis ich jetzt wieder weiterspielen werde für euch, bis wir weiterspielen werden, weil ich noch sehr viel schneiden muss für euch, weil noch viel geschnitten werden muss und viel gemacht werden muss. Ihr habt bestimmt gemerkt, viele Videos unter 10 Minuten wollte ich eigentlich nicht so planen, aber mit den Schneiden mag ich nicht so gern. Vielleicht mache ich dann noch eventuell was, je nachdem, weil ich bis jetzt noch kein Programm so wirklich habe, nur eine Demo-Version. Ja. Gut, dann macht es mal gut, Leute. Ich werde mich da jetzt darum kümmern, werde noch ein paar Folgen hochladen. Wir sind jetzt, äh, momentan sind, ähm, circa 47 Folgen. Die 47. Folge läuft gerade im Hintergrund, wird gerade gerendert und hochgeladen. Ja. Da sind wir noch nicht Level 20, und wir sind dann wahrscheinlich bei Folge 60 oder 70, Level 20 oder halt noch mehr. Tut mir leid, wenn das ein bisschen lange dauert, aber ich will es wirklich so machen, dass halt viel Videomaterial da ist und viel geboten werden kann. Auf jeden Fall verabschieden ist nicht meine Stärke, wie ihr bestimmt schon gemerkt habt. Es ist von früher mal hängen geblieben. Ja. Macht's gut. Bis demnächst. Und, ja, ich weiß nicht, haut rein oder vielleicht auch nicht. Oh, hier haben wir einen schönen Kriegerkörper. Naja, okay. Bis dann.